Der Start ist uns eigentlich gelungen, kann man so sagen. Klar, in Genf hätten wir, wie das Spiel verlaufen ist, gerne drei Punkte mit nach Hause genommen. Aber das haben wir akzeptiert und analysiert. Und ich glaube, wir sind jetzt bereit gegen Lugano. Ja, diese Energie hat uns mega gut getan. Vor allem hat die Heimat uns gespürt, die Freude wieder im Stadion zu sein. Und vor allem dann auswärts auch Gratulation nach dem Punkt. Das war ein ziemlich sympathischer und geiles Spiel. Ja, die gleiche Konzentration, die wir in den letzten Spielen hatten. Das über 90 Minuten, weil Lugano ist über 90 Minuten gefährlich. Und ja, einfach probieren mitzuhalten, wirklich den Kopf wieder sacht zu haben. Und ja, dann denke ich, dann kommen wir sicher positiv aus dem Spiel heraus. Ja, es wird sicher ein spezielles Spiel, weil sechs Jahre sind nicht wenig. Und ja, wir werden viele Gesichter sehen von letztem Jahr. Aber ich freue mich mega. Ich freue mich jetzt mega auf das Spiel, auf das Heimspiel von dieser grossen Kulisse. Und ja, ich kann es kaum erwarten.